Hey, ich habe eine Idee! Wie wäre es, wenn du mir jeden Tag eine WhatsApp-Nachricht schickst und ich beantworte dir diese Nachricht jeden Tag? Und wir können das auch gerne per Sprachnachricht machen. Ja, du schickst mir eine Sprachnachricht und ich schicke dir eine Sprachnachricht zurück, sodass du auch deine Aussprache üben kannst und ich gebe dir ein paar Tipps, wie du dein Deutsch verbessern kannst. Ich korrigiere gerne auch etwas, was du geschrieben hast. Das mache ich zurzeit mit einer Deutschlernerin und es macht total viel Spaß. Es macht total viel Spaß, täglich eine Nachricht von ihr zu bekommen, diese Nachricht zu beantworten und währenddessen lernen wir uns auch ein bisschen mehr kennen. Wir erzählen auch über unser Leben und so weiter. Und deswegen macht es total viel Spaß, diese Nachrichten hin und her zu schicken auf WhatsApp. Und wenn du möchtest, können wir das per WhatsApp machen oder auch per Facebook, je nachdem wie du willst. Und das macht total viel Spaß und ich denke, das hilft der Schülerin, mit der ich das jetzt mache, auch sehr mit ihrem Deutsch, weil sie eben lernt, die Dinge gut auszusprechen. Ja, ich korrigiere sie ab und zu, damit sie das ein bisschen besser ausspricht. Ich korrigiere die Texte, die sie schreibt, sodass sie auch lernt, gut zu schreiben. Und das würde ich gerne auch mit dir machen. Und wenn du das möchtest, wenn du auch täglich WhatsApp-Nachrichten mit mir schreiben möchtest, dann besuche doch meine Shop-Page, meine Shop-Seite authentic-german-learning.com-shop und dort findest du einen neuen Eintrag, ein neues Produkt und zwar mit dem Titel für meine tägliche WhatsApp-Nachrichten. Okay? Ich freue mich darauf, dieses Programm auch mit dir zu starten. Es ist ein exklusives Programm für alle Leute, die bereit sind, täglich Nachrichten zu schreiben und täglich ihr Deutsch ein kleines bisschen oder auch ein großes bisschen zu verbessern. Und dieses Angebot gilt ab jetzt für ein paar Wochen, ein paar Monaten, ich weiß es nicht genau, aber es gilt nur für eine bestimmte Zeit und dann hast du in der Zukunft leider unter Umständen nicht mehr die Möglichkeit. Also nutze die Möglichkeit jetzt, solange du noch kannst. Okay? Ich freue mich darauf, mit dir per WhatsApp mehr zu kommunizieren und dich direkt zu coachen. Bis dann! Tschüss!